Hallo, mein Name ist Lisa Kowalski, ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Sachsen, reite aber momentan in Niedersachsen bei Gilbert Böckmann, der auch mein Trainer ist. Letzte Woche bin ich hier thüringische Landesmeisterin geworden. I-Cup im ersten Spreng, zweiter Platz. In der letzten Qualifikation lief es nicht so gut, aber ich bin zuversichtlich für die nächsten Turniere, die jetzt bald kommen. Ich hoffe das Beste für die nächsten Turniere. Bye, bye, tschüss. Bis zum nächsten Mal.